Hallo und willkommen zum Tutorial für die Southern Region Map mit den ETS 2. In diesem Video gehen wir einzeln auf so Sachen ein wie der Hintergrund der Karte, was sind die Anforderungen, damit ich sie überhaupt benutzen kann, der Inhalt, sprich was ist überhaupt mit in dieser Karte dargestellt, wie viele Städte bekomme ich, was ist das für eine Gegend und wir werden uns die Karte auch nochmal im Detail anschauen und das Ganze auch mit anderen Karten vergleichen beziehungsweise dann auch mal die Konstellation mit anderen Karten drumherum uns anschauen, wie sich eben genau diese Southern Region einfügt, wo die ist und was dann so die angrenzenden Nachbarkarten sind, was es eben noch als kostenlose Mods oder teilweise auch als Paymods dann später mal gibt. Dann gehe ich auch nochmal gezielt auf den Download ein, wo ich das Ganze herbekomme und die Installation, wie es jetzt wirklich auf den Rechner kommt und auch die berühmte Ladereihenfolge im Mod Manager, wo ja dann immer so ein paar Fallen begraben sein können. Dazu ist auch das Video dann in einzelnen Kapiteln unterteilt und ihr könnt dann eben verschiedene Sachen euch schon mal anschauen beziehungsweise dann auch ein Kapitel überspringen, wenn das eben ein Bereich ist, der nicht so relevant für euch ist oder ihr den schon mal gesehen habt oder schon mal gehört habt. Ganz kurz nochmal zu mir. Ich bin Daniel und bin leidenschaftlicher PC-Gamer, habe früher auch Konsole gespielt und hier in meinem YouTube-Channel mache ich nicht nur solche Tutorials für Karten beziehungsweise auch noch für andere Sachen, was eben den ETS 2 betrifft, wie zum Beispiel auch, wie schalte ich die Konsole frei, wie funktioniert das mit der Flycam und so ein paar Sachen außenrum, sondern ich streame den ETS 2 auch regelmäßig und das Ganze mindestens jeden Donnerstag um 21 Uhr. Könnt ihr gerne mal einschalten. Donnerstagabend ist immer Trucks im Abend und da drehen wir eine schöne Runde und mittlerweile ist das ein richtig schöner abendlicher Stammtisch, wo wir dann eben auch mal über Gott und die Welt und den ETS 2 im Besonderen, was es eben an Mods gibt, was jeder so Erfahrungen gemacht hat oder neue Sachen gefunden hat oder auch mal ein paar coole Easter Eggs. Lohnt sich, also es ist immer eine ganz unterhaltsame Geschichte. Jetzt gehen wir mal direkt über zur Einführung beziehungsweise den Hintergrund zu der Southern Region Map. Southern Region oder auch die SR Map bildet einen Bereich ab von Südrussland. Natürlich ist Russland jetzt von West nach Ost relativ breit, also das ist der westliche Bereich, da macht Russland so einen Schlenker in den Süden und das ist genau hier dieser südliche Bereich, das ist mit der Southern Region gemeint, also nicht ganz weit rüber in den asiatischen Raum. Das Ganze wurde aus dem Boden gestampft beziehungsweise die Leitung davon von diesem Projekt hat Artyom oder mit seinem Gamer Tag Simcar. Zusätzlich sind da noch 10, 11 weitere Mitwirkende mit dabei, die dann eben testen beziehungsweise auch mit Design für das Kartendesign verantwortlich sind beziehungsweise auch für die grafische Darstellung des Ganzen. Unter anderem ist da auch ein Herr namens Sergei mit dabei. Den haben vielleicht schon andere gehört oder ihr habt das schon in anderen Videos von mir gehört. Der ist unter anderem auch mit bei der Rus Map involviert, auch bei der Volga Map und auch bei der Sibir Map. Also der ist da wirklich in dem ganzen Bereich da mit drin. Hauptsächlich findet übrigens so der Informationstransfer entweder über eine Social-Media-Plattform, hauptsächlich im russischen Raum bekannt, über die VK, oder eben über das russische ETS-2-Tracker-Simulationsforum, den Truck Sim Club, statt. Also da kann man dann auch mal als Nicht-Registrierter und auch als Nicht-Russe kann man draufgehen und ich mache es über Google Chrome und da ist eben auch die Übersetzungsfunktion recht plausibel und da gibt es noch mal ein paar weitere Informationen drüber. Gestartet haben die übrigens so ungefähr Februar 2015, also das ist schon ein Projekt, das schon einige Jahre in Arbeit ist und sich weiter entwickelt. Aktuell ist es die Version 12.0 und das grundsätzliche Ziel war eben genau auch nicht nur einfach das Straßennetz abzubilden, sondern diesen Charme des Südens Russlands damit rüberzubringen und das ist, glaube ich, auch ziemlich gut gelungen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Da sind wunderbare Küstenstraßen mit dabei, das zieht sich dann auch in so bergige, bewaldete Bereiche, dann sind auch schöne Langstrecken mit dabei, aber das ist etwas, was also richtig gut, so, dass das Land die Gegend mit rüberbringt, also man fühlt sich da wirklich nicht einfach irgendwo, der sieht aus wie da und da, sondern das hat wirklich einen eigenen Charme, einen eigenen Bereich, das hat auch so einen gewissen Wiedererkennungswert. Also das ist wirklich super gelungen und ist natürlich immer noch weiter Entwicklung. Da kommen weitere Städte, weitere Straßen mit dazu. Generell, wir schauen uns das dann später auch nochmal auf der Karte an. Das Ganze ist quasi zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer angesiedelt, an der Nordgrenze oder nördlich von Georgien. Wenn ihr mal eine ältere Version sehen wollt, ich packe euch auch übrigens zu allem, was ich hier sage, die Links jeweils mit in die Videobeschreibung mit rein. und ich habe auch noch ein Video gefunden, ein relativ altes, in Anführungszeichen, von der Version 2.0.9. Mittlerweile sind wir ja bei der Version 12.0. Da kann man dann auch mal sehen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat und was dann da so alles mit dazu gekommen ist und wie so eine Karte eigentlich mal im Anfangsstadium war. Wenn man jetzt so manche Karten aufspriesen sieht, das ist oftmals so aus der Ecke Afrika, wenn man die erstmal sieht, und das sind nur zwei, drei Straßen, dann denkt man sich, was soll denn der Mumpitz, aber daraus kann was richtig Tolles entstehen. Um eben in den Genuss der Southern Region zu kommen, müsst ihr gewisse Eingangsvoraussetzungen erfüllen. Die sind jetzt hier relativ einfach zusammengefasst. Ihr braucht alle offiziellen ETS2-DLCs, die von SCS erschienen sind. Wir gehen da gerne nochmal durch. Die sind der Reihe nach Iberia, Road to the Black Sea, Beyond the Baltic Sea, Italia, Vive La France und Scandinavia, sowie Going East, West Balkans, noch nicht. Der ist ja noch in Arbeit und noch gar nicht erschienen. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass eben Texturen, beziehungsweise Modelle, Straßenzüge, verschiedene Kreuzungen, alles, also da wird Material aus diesen DLCs mitverwendet für eben diese Karte. Und das sind dann so Sachen, die werden dann einfach mit benötigt. Rein technisch ist es so, dass ihr voraussichtlich erstmal keine Fehlermeldung bekommt, wenn ihr da versucht, das Spiel zu starten, mit der Southern Region installiert, aber nicht allen DLCs. Aber ihr werdet dann feststellen, dass es in der Kartendarstellung, in diesem Bereich der Southern Region, einfach zu Komplikationen kommt, wenn es nicht sogar zu einem Absturz im laufenden Spiel dann führen wird. Also ja, die Frage wird immer wieder gestellt, brauche ich denn wirklich alle? Ja, ihr braucht alle, alle DLCs. Zum eigentlichen Inhalt der Karte, ganz kurz umrissen, neben dem entsprechenden Straßennetz zwischen den Städten bekommt ihr insgesamt 39 Städte, Anlaufpunkte mit mehreren Firmen und somit auch entsprechenden Frachtaufträgen, also da ist eine entsprechende Vielfalt auf jeden Fall gewährleistet. Und direkt bei der Installation ist es so, dass ein Schnellreisepunkt beigeschaltet ist, wo ihr dann direkt mitten in die Karte dann reinspringen könnt. Und das ist Rostov am Dorn. Das ist ein Fluss. Das ist eine recht große Metropole mit 1,1 Millionen Einwohnern und ist so ganz nebenbei die zehntgrößte Stadt Russlands und das politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum eben von dieser Region Südrussland und wird auch das Tor zum Kaukasus genannt, um mal so ein bisschen Urlaubsromantik mit reinzubringen. Das letzte Update eben auf diese Version 12.0 ist zum November 2022 erfolgt. Wann und wie es jetzt wirklich eine Erweiterung gibt oder einfach nur ein Versionswechsel im Zuge der neuen Version, die ja so langsam ins Haus steht vom ETS 2 mit der 1.47 kann ich so nicht sagen, ob dann da wirklich neues Material mit dazu kommt oder ob eben die Southern Region in der Version 12.0 einfach nur lauffähig gemacht wird auf die 1.47. Da konnte ich jetzt noch keine weiteren Informationen finden. Wichtig ist jetzt nochmal für alle, die dieses Video schauen, wenn die Version 1.47 vom ETS 2 erschienen ist, prinzipiell, sofern die aktuelle Version oder wenn es eine lauffähige Version der SR Map gibt, der Southern Region, für den ETS 2 1.47. Am Prozedere der Installation ändert sich nichts. Es sei denn, hier poppt jetzt irgendwo ein Link zu einem neuen Video auf, wie sich eben was ändert, aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Prozedere identisch bei der 1.47 oder später auch bei der 1.48 und so folgend. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wie sich das Ganze, was ich eben gesagt habe, wirklich in der Karte darstellt. Die Infos basieren jetzt auf dem ETS 2 in der Version 1.46 und der Southern Region in der Version 12.0 und eben den ganzen, jetzt aktuellen Versionen an weiteren Mods, die ich jetzt hier dann stellenweise noch mit der Karte mit einbaue. Grundsätzlich ändert sich aber nichts an der Positionierung. Die Southern Region ist die Southern Region und die wird an dieser Stelle bleiben. In zukünftigen Versionen wird das wahrscheinlich ein bisschen weiter ausgebaut, aber prinzipiell kommt das Ganze jetzt auch so hin. Hier haben wir jetzt erstmal ganz klassisch die ETS 2 Karte in der Vanilla Version mit allen DLCs. Das ist jetzt so etwas, was wir einfach so alle kennt. Wo ist jetzt die Southern Region? Wo taucht jetzt dieser Bereich wirklich auf? Und zwar sehen wir das hier. Hier drüben haben wir dann einfach die Lücke hier oben, ist ja dann die Grenze Russland und hier, das hier ist der Bereich der Southern Region und darunter, das ist hier direkt die Grenze zu Georgien und daneben ist Aserbaidschan. Wenn wir jetzt mal weitergehen und schauen, wie sich andere Karten eben damit einfügen, um eben den Weg, den eigentlichen Weg in diese Southern Region über Straßen zu ebnen, dann kommt als erstes auf den Weg von der normalen SCS-Karte kommt die Rus-Map mit dazu, die sich dann hier oben direkt mit anschließt. Die Russland geht ja auch hier unten in den skandinavischen Bereich ganz weit hoch. Hier haben wir schon den Schlenker und darunter würde es dann auftauchen. Wir haben dann später direkt an die Rus-Map angrenzend, haben wir noch die Volga-Map und da oben angedockt die Sibir-Map. Wenn wir jetzt noch St. Bromo zwar mit dazu nehmen und zwar das volle Feuerwerk, gut, hier unten Middle East hat jetzt erstmal keinen Einfluss, aber hier neben haben wir das neue Mitglied der ProMods-Familie, auch wenn es den Karten-Mod schon eine längere Zeit gibt, aber das wurde jetzt von der Entwicklung her von ProMods mit übernommen, The Great Step. Das haben wir hier nochmal, was dann eben Kasachstan mit reinnimmt und hier fügt sich dann die Southern Region mit ein. Das heißt, ihr könnt dann wirklich, das ist so ein Beispiel, was ich auch in den anderen Videos schon gebracht habe, ihr könnt dann wirklich von Lissabon oder wenn ihr mit ProMods unterwegs seid, hier oben von Island einmal komplett durch oder dann eben sogar ohne Fähre von Lissabon einmal komplett durch bis hier in die Southern Region oder rüber in die The Great Step. Um mal ein bisschen in das Detail reinzugehen, zoomen wir mal ein Stück rein. Hier haben wir die Southern Region, das sind die Ausläufer, hier oben sehen Sie um St. Petersburg, das sind die Ausläufer der Vanilla-Karte und hier haben wir jetzt das gesamte Feuerwerk mal komplett mit eingeblendet, die Rus-Map, Bolga, Sibir-Map, The Great Step und hier unten fügt sich dann eben die Southern Region mit ein und das hier sind die beiden Grenzen, das sind dann die Übergänge, die dann eben von der Rus-Map, von anderen Karten zu der Southern Region sind. Hier ist dann ganz klar die Grenze, hier unten bei Pavlovsk und hier unten ist es dann schon ein bisschen dichter von den Städten, von der Konzentration her. Ganz reingezoomt auf die Karte an sich seht ihr eben auch hier viele Langstrecken im Landesinnere, wo ihr dann auch so die Weitläufigkeit habt, aber auch hier unten an den Küstenstraßen, da wird es dann stellenweise sehr sehr kurvig, schön bewaldet, also da habt ihr überall auch was fürs Auge und stellenweise auch ganz gute fahrerische Herausforderungen. Das ist nicht einfach eine bretterebene Geschichte, da ist so schon ganz schön was los. Bezüglich des Downloads und der Installation, ihr habt hier einmal in der Videobeschreibung den offiziellen Download-Link, der ist dann eben aus diesem Truck Sim Club Forum, dem russischen, raus, der führt zu Share-Mods, das ist von denen der offizielle Download. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass das hier eine Karte ist, das ist im Grunde eine Datei, ein Paket, auch dann später im ETS2 Mod Manager, nicht mehrere Files, die dann da von dem Mod an sich noch sortiert werden müssen, da ist jetzt das Fehlerrisiko relativ gering und es ist kein Archiv, was ihr runterladet, was dann mit irgendeinem Entpackungstool, ob das 7-Zip ist, ob das WinRAR ist, was auch immer, dann entpacken müsst, also es ist einfach direkt die sogenannte SCS-Datei, so nennen sich die ganzen Mod-Dateien, als Dateityp, runterladen und das Ganze kommt dann in euren Mod-Ordner, den findet ihr in dem Verzeichnis, in dem eben der ETS2 auf eurem Rechner installiert ist, standardmäßig ist das im Dokumenten-Ordner und der Ordner ETS2, es sei denn, ihr habt natürlich einen anderen Ordner ausgewählt bei der Installation. Dieser Ordner nennt sich Mod-MOD, kleingeschrieben, ist er anders geschrieben, ist er es nicht, ist der Ordner nicht da, seid ihr voraussichtlich im falschen Verzeichnis, also da ganz konkret schauen und da greift eben genau auf diesen Ordner das Spiel darauf zu, um eben dann diese Mods mit abzufragen und dann im Mod-Manager darzustellen und ihr könnt sie dann dort manuell aktivieren. Zusätzlich zu dieser eigentlichen Mod-Datei der Southern Region sind noch zwei weitere Dateien sinnvoll, dann auch notwendig, je nachdem, was ihr dann vorhabt, weil ihr könnt ja auch die Southern Region ohne die Roos-Map, Volga-Map oder ProMods oder, oder, oder betreiben, einfach nur mit der Southern Region und deswegen gibt es ja auch diesen einen Schnellreisepunkt. Ihr könnt dann einfach rüberbeamen, könnt in der ganzen Gegend fahren, die Gegend erkunden und das auch wieder über eine Schnellreise verlassen. Wenn ihr das in ein größeres Kartenpaket in eine Mega-Map mit einbinden wollt, dann braucht ihr, wenn ihr mit der Roos-Map zum Beispiel arbeitet, was ja dann die direkte Straßenverbindung auch hat, mit der Southern Region braucht ihr aus dem sogenannten Road Connect. Den Link habe ich euch auch mit entsprechend mit reingesetzt. Vielmehr, das ist dann eine Google-Suchabfrage, weil es diesen Road Connect von verschiedenen Download-Quellen gibt und ich habe jetzt keinen gefunden, was wirklich die offizielle Stelle ist für diesen Road Connect. Dann gibt es darüber hinaus von jemandem, der quasi ein Fix für ziemlich jeden Mod geschrieben hat von Jerry in the Master Fixer. Den Link habe ich auch mit reingepackt. Die English City Names. Man darf hier nicht vergessen, in Russland wird mit Kyrill oder in Kyrill geschrieben. Das sind andere Schriftzeichen, sodass ihr das entsprechend lesen könnt und dass dann auch von der Grammatik her das richtig ist, dass der erste Buchstaben von so einer Stadt auch großgeschrieben ist und und und. Gibt es da auch einen kleinen Fix. Das sind einfach zwei zusätzliche weitere Dateien, damit das Ganze a gescheit aussieht und b ihr auch dann, wenn ihr weitere Karten mit nutzt oder dann eben auch die Roos Map und wollt von dort in die Saturn Region und zurückfahren, dass das einwandfrei funktioniert. Wie das Ganze aussieht und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt hier gleich im Mod Manager an. Für diejenigen, die mit einem Mod Manager noch nicht großartig gearbeitet haben hier im ETS 2, habe ich hier nochmal ein separates Video, wo ich ganz konkret nur auf die Funktion und die Arbeitsweise mit dem Mod Manager eingehe. Das ist hier direkt verlinkt beziehungsweise dann auch nochmal findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Schaut euch das nochmal genau an. Für diejenigen, die etwas geübter sind, gehen wir jetzt hier einfach direkt einen Schritt weiter und schauen uns das mal konkret von der Sortierung an. Die Ladereihenfolge hier im Mod Manager schauen wir uns jetzt auch in zwei Abschnitten an. Einmal für die Vanilla Version, einmal für die Version mit Pro Mods und auch noch weiteren Karten Mods mit dazu. Generell für beide Versionen ist zu sagen, dass ich hier immer mit drei Mods arbeite. Die habe ich generell bei jedem Karten Modell oder für jedes Profil habe ich die immer mit drin. Das ist einmal der Zoom Crash Fix. Der sorgt dafür, dass wenn ihr mit mehreren Karten arbeitet und ihr zoomt ganz nah ran oder ihr zoomt näher ran, tiefer rein in die Karte und zoomt wieder raus. Beim Rauszoomen kann es sein, wenn man mit weiteren Karten Mods arbeitet, dass sich der ETS 2 verschluckt und dass das Ding einfach abstürzt. Das ist hiermit behoben. Mit dem Pro Mods World Map Fahrzoom ist es möglich, noch ein Stückchen weiter raus zu zoomen, was vor allem, wenn man mit weiteren Karten arbeitet, das einfach wesentlich leichter macht, sonst rollt man sich einfach einen Wolf. und als schöneren Kartenhintergrund habe ich die Pro Mods High Quality Map oder den High Quality Map Background. Im Grunde ist das sehr ähnlich zu dem, was beim ETS 2 mit drin ist. Es ist, ich will nicht sagen, dass es beim ETS 2 und der Vanilla Version, dass es dafür pixelt ist, aber das hier ist noch eine Ecke feiner und es ist eine etwas weitere Karte, also es ist einfach schöner anzusehen, es ist angenehmer damit zu arbeiten. Auch wenn die alle stellenweise auch Pro Mods mit im Namen tragen und auch alle das Pro Mods Logo mittragen, die funktionieren auch ohne die Nutzung von Pro Mods. Die wurden für die Nutzung mit Pro Mods entwickelt, funktionieren aber auch ohne, von daher, die habe ich einfach immer mit drin, macht es angenehmer, ist es easier zu arbeiten. So, jetzt mal zur Southern Region an sich. Es gibt hier diese drei Elemente, ganz rechts haben wir die Southern Region Map in der Version 12.0. Wie schon mal gesagt eingangs ist es hier das Angenehme, dass es eben nur ein Element ist und nicht wie bei anderen Kartenmods mehrere, von daher kann man da im Kartenmod selber sich nicht versortieren. Dann haben wir hier die angesprochenen English City Names von Jerry und hier ist der Fix Roos Map Southern Region Map. Das ist jetzt nur, wenn man in der Kombination mit der Roos Map arbeitet, das ist quasi der Road Connect, die Verbindung der Straßen. In der Vanilla Version ist das Ganze relativ einfach. Das zuletzt angesagte oder genannte diesen Fix brauchen wir nicht, weil wir arbeiten hier nicht mit der Roos Map. Ich kann nur diese drei empfehlen, dann haben wir da noch eure ganzen anderen Mods, die ihr in irgendeiner Form benutzt, sei das Sound, Grafik, Trucks, Trailers, was auch immer. Auf jeden Fall habt ihr dann ganz unten die Southern Region Map und über der Southern Region Map eben diese Englisch City Names. Fertig ist der Lack. Mit Änderungen, Bestätigungen raus. Nicht oben mit dem Kreuz, da ist ja immer noch eine Sicherheitsabfrage, aber mit Änderungen, Bestätigen raus. Das Spiel starten. Wenn ihr was am Kartenmaterial geändert habt, dann kommt immer die Anzeige, dass die in der Vakationsdaten neu berechnet werden. Das dauert eine Weile, je nach System und je nach Ausmaß der Änderung. nicht die Nerven verlieren. Das kann wirklich ein paar Minuten dauern. Gebt dem Ding seine Zeit, das wird einmal neu berechnet und dann ist es nicht mehr notwendig. Ihr kommt ins Spiel rein und zur Sicherheit wird der ETS 2 alle bestehenden oder gerade laufenden Aufträge ohne Strafzahlung abbrechen und ihr werdet in der Version 1.4.6 zurückversetzt mit dem Truck auf eine sichere Stelle, dass es in der Regel eure Firmenzentrale oder die Garage wo eben euer Truck und ihr selber geführt seid. Ab der Version 1.4.7 soll es dann so sein, dass das Ganze in diesem Schnellreisefenster ist und ihr könnt euch dann einen Punkt zu dem ihr die Schnellreise durchführen wollt aussuchen und diese Schnellreise ist dann auch kostenfrei. Das war dann hier diese Geschichte und jetzt schauen wir mal rüber zu der ProMods Variante oder mit eben noch weiteren Kartenmods. Hier in dieser Kombination oder in diesem Karten Setup habe ich jetzt RoosMap und noch weitere Kartenmods mit drin wie eben auch ProMods. Der Schwerpunkt soll hier jetzt aber darauf liegen, dass man im Grunde eine Straßenverbindung zwischen dem klassischen Kartenpaket zwischen dem eigentlichen Mitteleuropa und der Southern Region Map hat und dafür brauchen wir die RoosMap. Ob ihr das Ganze dann auch mit ProMods also ProMods Europe oder auch noch bis hin zu The Great Step oder der Volga Map der Sibir Map noch weiter ausschmückt ist natürlich euch überlassen. Wir gehen jetzt hier einmal das größere Paket durch und dann zeige ich das auch noch mal etwas zusammengeschrumpft. Wenn wir hier jetzt den Weg durchgehen ihr seht es auch hier die sind alle drei aktiv die brauchen alle drei wir fangen hier oben an nach den eben angesprochenen drei Mods die ich generell immer empfehle haben wir hier den ProMods RoosMap Road Connect den brauchen wir jetzt einmal wenn wir eben auch ProMods wie ihr dann weiter unten sehen werdet mit benutzen der kommt ganz oben hin danach kommt direkt der Fix RoosMap Southern Region Map auch ein Road Connect nur anders da betitelt der kommt dann als nächstes dicht gefolgt von der RoosMap an sich mit der Dev Map Model und Model 2 und dann geht das Ganze schon über in ProMods der Vollständigkeit halber auch wenn wir hier jetzt keine wirklichen Berührungspunkte mit haben haben wir hier jetzt ProMods Middle East das Dev & Map Package und das Assets Package dann ProMods Europe in der vollen Blüte die Definition Map Models 1, 2, 3 das Media Package und die Assets danach das Setup mit der Volga Map auch mit den English City Names ähnliche Situationen wie eben auch bei der Southern Region die Dev und die Model der Volga Map danach Roamods to Create Step Dev & Map und das Assets Package und dann kommt die Southern Region hier oben drüber sind dann immer solche Anpassungen wie jetzt die English City Names und dann hier die eigentliche Southern Region Map darunter dann noch die Sibir Map in drei Elementen wie auch aus meinem vorherigen Video gesehen für all die die sich hier noch ein bisschen schlauer machen wollen mit der Sibir Map mit der Volga Map oder auch mit ProMods oder auch dann separat habe ich ein separates Video zu The Great Step schaut in meine Playlist die ist auch hier in der Videobeschreibung mit verlinkt schaut mal rein dort sind auch separate Videos zu diesen anderen Kartenmods von denen ich hier jetzt gerade spreche im ähnlichen Stil wie genau dieses Video zurück zu Sibir Map wir haben das Ganze in drei Elementen der unterste ist der eigentliche Kartenmod dann haben wir hier das Caps Fix das ist ähnlich wie die English City Names im Grunde wird auch hier dafür gesorgt dass die grammatisch richtige Darstellung gewährleistet ist und dann haben wir hier noch ein Train Connection Remove es ist bei der Sibir Map der Fall dass es eben eine Zugverbindung von Calais nach Sibirien gibt das rührt noch aus alten Zeiten her weil es eben keine direkte Verbindung keine Schnellreise dorthin gab damit bekommt man das Ding wieder raus auf der einen Seite müssten wir es ja nicht nutzen auf der anderen Seite hat man aber immer diese gestrichelte Linie die einmal quer über die Karte geht und das nervt irgendwann und damit ist das Ding schon mal weg so und das ist jetzt die große Geschichte mit Roos Map Roamods Volga Map Southern Region und der Sibir Map wenn ihr jetzt das Ganze kleiner haben wollt könnt ihr hier Einzelelemente rausnehmen dann nehmen wir hier einfach mal die Sibir Map raus The Great Step die Volga Map das ganze Promods gedöhnt sei das Europe Middle East sowieso und dann habt ihr hier und auch noch diesen Road Connect so jetzt haben wir es aber dann habt ihr hier das Setup für Lissabon bis nach Southern Region durchfahren zu können auf der Karte ohne dass ihr eine Schnellreise machen müsst ihr habt die Verbindung die Road Connect zwischen der Roos Map und der Southern Region die Roos Map an sich und die Southern Region Map inklusive der English City Names und damit habt ihr es schon alles auch hier Änderungen bestätigen Spiel starten Navigationsdaten berechnen lassen habe die Ehre die Sache läuft und schon sind wir im Game hier seht ihr auch Änderungen an Spielen festgestellt Vermeidung möglicher Kompatibilitätsprobleme der Spielstände wurde deshalb alle noch nicht abgeschlossenen Lieferungen abgebrochen ohne Strafzahlung und sofern nötig die Zugmaschine auf eine sichere Fläche umgesetzt in der Version 1.47 mag das dann vielleicht ein bisschen anders aussehen Arbeitsweise genau die gleiche jetzt stellt das Spiel fest dass ich das Lenkrad nicht angeschlossen habe und wir gehen mal direkt auf die Karte ich blende hier mal direkt ein paar Sachen aus und zwar bleiben wir bei den Städtenamen bei den Grenzübergängen und bei den unentdeckten Punkten zoomen mal schön raus und dann seht ihr hier neben hier ist dann die Rusmap hier sind die ganzen Grenzübergänge rüber nach Russland hier ist die Rusmap und hier runter geht es dann in die Southern Region und das seht ihr auch schön immer reinzoomen da ist auch ein ganzer Sprung an Fragezeichen und da sind nicht nur Händler dahinter da sind auch einige schöne Aussichtspunkte mit geilen Videosequenzen und hier unten dann an der Küste da könnt ihr euch ein bisschen austoben das sieht alles richtig schön aus von der Landschaft her und schon könnt ihr hier loslegen ich hoffe ich konnte helfen lasst mir gerne mal einen Kommentar da wie es euch hier ergangen ist oder wenn ihr auch Vorschläge oder Fragen habt immer rein in die Kommentare damit ich lese hier alles noch selbst ich beantworte hier auch noch alles selbst und vor allem bei Vorschlägen zu weiteren Videos bin ich auch immer offen ich habe hier schon mittlerweile eine gute Handvoll weitere Video Ideen gesammelt aus den Kommentaren und werde die dann sukzessive auch in Tutorials dann umsetzen und ansonsten würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir einen Daumen hoch da lassen würdet das hilft einfach dass YouTube versteht dass dieses Video vielleicht noch für andere Leute interessant sein könnte und somit kriegen wir eine größere Reichweite hin und dann am Ende schlussendlich noch eine größere Community würde mich sehr freuen für diese Wertschätzung ihr könnt natürlich noch zusätzlich auf den Abo-Button hauen und dann noch auf die Glocke dann seid ihr immer auf dem Laufenden für A neue Videos und B wenn ich auch mal einen Livestream wieder starte wie gesagt jeden Donnerstag 21 Uhr bin ich sowieso mit am Start live im Truck und das dann meistens auch noch passend zu den Gegenden wo ich jetzt gerade mal ein Tutorial habe oder dann irgendwelche anderen Sachen ausprobieren möchte oder richtig geile Gegenden und Touren erkunden möchte was wir dann hier noch so alles offen haben vielen Dank passt gut auf euch auf happy Trucking viel Spaß habe die Ehre ich sehe vier und sehen ich Vielen Dank.